Wir sind hier vor dem Kurt-Frenzel-Stadion, kurz, naja, wenige Stunden vor dem Verkauf der Playoff-Tickets. Und die Erste in der Schlange sind Sie, Anja Neueder. Richtig. Seit wann sind Sie da? Seit Viertel nach elf. Seit Viertel nach elf. Und der Verkauf startet um 17 Uhr. Ja. Nicht zu vergessen. Ja. Was ist das Wichtigste, wenn man sich bei Playoff-Karten anstehen muss bei den Augsburger Pantern? Also ich habe nichts Warmes zum Trinken, dabei eigentlich gar nichts, weil es keine Toiletten gibt hier. Auch nichts zum Essen. Und dass man nett ist zu den anderen Leuten, weil dann hat man Gesprächspartner und dann geht die Zeit wahnsinnig schnell vorbei. Genau. Tipp noch für die Playoffs, was ist denn sportlich drin? Also ich schätze mal das Halbfinale und wenn wir das schaffen, geht es auch ins Finale. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke auch. Tschüss.